Kabellose Bluetooth Kopfhörer gewinnen immer mehr an Beliebtheit und auch die Arato Muse 5 In-Ear Kopfhörer haben es zu uns nach Deutschland geschafft. Was sie alles können und ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr hier. In der Verpackung befinden sich unter anderem die Kopfhörer selbst und die Ladeschale. Diese bestehen aus einem hochwertigen Kunststoff und sind super verarbeitet. Ein Micro USB Kabel, ein Set aus Silikonaufsätzen mit verschiedenen Größen für die Ohrmuschel und den Ohrkanal und ein wenig Literatur ist auch mit dabei. Da wäre zum einen die Garantiekarte, der Sicherheitshinweis und der Quick Start Guide, welchen ihr euch zumindest einmal anschauen solltet, um die Grundlagen zum Einrichten und Bedienen der Kopfhörer kennenzulernen. Denn der Knopf an den Kopfhörern unterstützt mehrere Kombinationen wie mehrfaches oder längeres Drücken für verschiedene Optionen. So könnt ihr Musik starten, Lautstärke ändern in der Playlist vor und zurück, Siri oder Google Now aktivieren, Anrufe annehmen und mehr. Das funktioniert auch immer sehr zuverlässig. Durch viermaliges Drücken kann man den sogenannten 3D Arato Surround in weiter und naher Form aktivieren oder ausschalten. Da beide Kopfhörer unabhängig voneinander arbeiten, entsteht so ein deutlich besseres Musikerlebnis wie zum Beispiel bei Live Musik. Vor dem Benutzen solltet ihr aber erst die Kopfhörer mit den beiliegenden Silikonaufsätzen auf eure Ohrmuschel und euren Ohrkanal anpassen. So lässt sich nämlich die Bassübertragung und das Noise Cancelling optimieren. Dank der hauseigenen FitSeal Technologie lassen sich die Kopfhörer ganz einfach ins Ohr einsetzen und durch einen einfachen Dreh wie ein Schloss festmachen, so dass sie unter normalen Bedingungen nicht abfallen können und gleichzeitig komfortabel zu tragen sind. So müsst ihr euch auch beim Sport keine Sorgen machen. Schwimmen oder baden könnt ihr mit dem Muse 5 aber nicht, da sie nur Schweiß und Spritzwasser geschützt sind. Das Pairing ist super einfach. Beim ersten Start einfach Kopfhörer einschalten, Bluetooth am Medium eurer Wahl aktivieren und die Muse 5 zum Verbinden auswählen. Danach funktioniert das jedes Mal automatisch, wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind. Diese verbinden sich dann erst miteinander, falls beide aktiv sind und dann mit dem Smartphone. Dabei ist die linke Seite der Master Kopfhörer, der immer aktiv sein muss. Auch für das Telefonieren, welches übrigens super funktioniert, mit einer tollen und sehr klaren Tonqualität. Beim Musikhören zeigen sich die wahren Stärken des Muse 5. Denn der Ton ist klar, die Dynamiken, Höhen und Tiefen stimmen, der Bass ist für innere Kopfhörer überraschend gut und der Surround Sound weiß zu überzeugen und wertet das Gesamtpaket deutlich auf. Dadurch, dass es komplett kabellos ist, könnt ihr ungestört arbeiten oder Sport treiben. Wichtig dürfte für viele hier auch das Noise Cancelling sein, mit dem man seine Umwelt komplett ausblenden kann, wenn man das richtige Ohrstück wählt und sie richtig ins Ohr einsetzt. Gängige laute Umweltgeräusche, aber auch der Staubsauger stellen meistens kein Problem dar. Die Bluetooth-Verbindung ist super stabil, auch über größere Entfernungen und mehrere Wände hinweg. Und dank aptX und Bluetooth 4.1 sind die Latenzen sehr niedrig. Aufladen tut man die Kopfhörer mit der Ladeschale und einem Micro-USB-Kabel. Ob die Kopfhörer und die Ladeschale vollgeladen sind, seht ihr an den jeweiligen LEDs. Das Design an sich gefällt mir sehr gut, denn es ist sehr modern und simpel gestaltet. Es sieht ein wenig aus wie ein kleiner Speaker. Nur beim Laden erinnert es witzigerweise an einen Alien mit Astronautenhelm. Der Akku hält beim Musikhören 4 Stunden und beim Telefonieren 7 Stunden. Da die Ladeschale auch als Powerbank dient, lassen sich die Kopfhörer unterwegs bis zu 3 mal laden. So kommt man insgesamt auf 16 Stunden Musik oder 28 Stunden Telefonieren, was auch für den ambitionierten Musikhörer mehr als genug ist. Insgesamt überzeugen die Muse 5 auf ganzer Linie und Musikhören ohne Kabel macht wirklich viel Spaß. Negative Punkte konnte ich beim Test nicht feststellen. Nur die UVP von 199 Euro könnte den einen oder anderen abschrecken. Schaut man aber auf die Konkurrenz, ist der Preis akzeptabel. Vor allem für diejenigen, denen das Musikerlebnis wichtiger ist als andere Features. Sie sind ab sofort in den Farben Schwarz, Blau, Roségold und Weiß erhältlich. Ihr habt Fragen zu den Erato Muse 5? Stellt sie in den Kommentaren. Abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und gebt uns ein Like, falls euch das Video gefallen hat. Mein Name ist Ümit für die Nerdbench.